Hallo, ich bin Lisa Buckwitz, Olympiasiegerin 2018 im Bobsport und wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Ich ziehe hier die erste Frage. Wann bist du besonders nervös? Okay, cool, passt ja. Also ich bin eigentlich, muss ich sagen, vor Wettkämpfen schon immer noch nervös. Aber noch nervöser bin ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe oder im Fernsehen bin. Das ist schon eine andere Situation als im Sport und das macht mich schon immer sehr wuschig und nervös. Frage beantwortet, würde ich sagen. Ja, dann ziehe ich noch eine, nur für euch. Vielleicht eine gelbe. So, erzähle, worauf du dich in diesem Jahr am meisten freust, ohne den Buchstaben T zu nutzen. Ha, okay. Ich freue mich auf den Sommer, auf den Strand. Ja, und einfach in der Sonne liegen. Check. Ja, und eine letzte Frage würde ich sagen. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Lies folgenden Zungenbrecher dreimal laut vor. Ha, was ist das? Die Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten, kratzen, katzen. Okay, dreimal. Die Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten, im Katzenkasten, kratzen, katzen. Und einmal noch. Die Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten, kratzen, katzen. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es sehr schön bei euch. Es war meine neue Erfahrung, der erste Radio-Auftritt auch hier, den ich hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele liebe Grüße auch an alle Radio Teddy-Hörer, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Lisa. Bis zum nächsten Mal. Ja, 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 ja.